Mit Avira Antivir Personal Free Antivirus schützt man den PC kostenlos vor Viren, Würmern und Trojanern. Über das Programmsymbol in der System Tray greift man auf die Oberfläche der Software zu. Wie bei den meisten Antivirus-Anwendungen prüft auch bei Avira Antivir einem Hintergrund laufender Echtzeitwächter der Antivir Guard bei jedem Zugriff auf eine Datei deren Inhalt und schlägt bei Gefahr Alarm. Dieser Guard ist standardmäßig aktiviert. Avira Antivir bringt man jederzeit auf den neuesten Stand und überprüft das System mit einem Klick. Ein Zeitplaner übernimmt diese Vorgänge auf Wunsch automatisch. Hierzu klickt man in der Seitenleiste unter dem Menüpunkt Verwaltung auf Planer. Regelmäßig auszuführende Update- und Prüfaufträge richtet man mit Hilfe eines Assistenten über eine Symbolleiste ein. Gezieltes Suchen in einzelnen Laufwerken des Systems oder in externen Medien startet man unter dem Menüpunkt Lokaler Schutz. Den Suchvorgang für die ausgewählten Teilbereiche des PCs startet man per Mausklick auf eine kleine Lupe. Sämtliche Vorgänge in Avira Antivir hat man unter dem Menüpunkt Ereignisse im Blick. Eine Berichtsfunktion liefert ein ausführliches Protokoll der einzelnen Aktionen und sendet den Report bei Bedarf direkt an einen Drucker. Mit einem einzigen Klick verschwindet Avira Antivir wieder im Infobereich von Windows und wacht von dort aus unauffällig über das PC-System. Mit einem